Jetzt musst du aber schnell nach Hause gehen. Wo wohnst du denn, mein Kind? Was zieht denn das Sie an, wo das Kind wohnt? Ich? Bitte? Was wollen Sie denn von den Kleinen? Gar nichts will ich. Was wollen Sie denn überhaupt? Ich muss doch gleich sehen, was ich von dir will. Lassen Sie mich doch los!